Okay, wo müssen wir jetzt hin? Keine Verletzungen, das ist gut. Wo hat sich das aufgetan? Holy shit, wie riesig ist das denn? Okay, wir müssen da hin. Oh, ist aber echt gross. Ach. Okay, das hat sich verändert. Wir können jetzt nicht mehr... hier hingehen. Ist vorbei, ach schade. Okay. Noch eine Orkade, wie sieht es sonst aus hier? Hier ist dann gar nichts mehr, schön. Ach schade, Zwergenhändler ist vorbei, so ein Mist. Gut, aber es hat nervig, dass der immer vor allem davonläuft. Okay, und hinter uns ist noch eine Orkade. Na, und das hat er ihnen nicht erzählt. Ah! Das ist das, was ich kenne, ein guter Herausforderung. Was ist das denn hier? Das sieht aber cool aus. Wer ist denn das? Was ist mit Lothionen? Lebt er noch? Geh, die kennt sich. Er wird sehr ruhig. Ja der ist cool. Aber kommen wir jetzt noch einen Begleiter oder wie? Hm. Okay, damit wird's geklärt. Lothionen. Okay, was ist hier mit dem Rad? Hm. Bestand die auch noch? Sind 6 Magion? Okay, na, es war klar, dass das eine Falle war. Aber gut, sie wussten es ja nicht. Hm. Hm. Was ist das, die Noddon vor den Stollen attackiert hat? Ach stimmt, da hat ja noch jemand angegriffen. Stimmt. Und dann als Ablenkung konnten wir eben den Kopf abschlagen. Stimmt. Hm. Es war dich, nicht wahr? Die attackierten sie mit der Leitlinie. Warst du noch mehr erfolgreich als wir waren? Andakai schlägt ihre Hände. Er hat alles, was ich an ihn verabschiedete. Alle meine Fähigkeiten. In vain. Ich wusste schnell, dass er zu mir war. Aber ich wollte dir ein bisschen Zeit kaufen. Tja, warum könnt ihr noch Maginen benutzen? Okay, wieso soll das nicht gehen? Nodons Famulus hat gesagt, dass er die magischen Fähigkeiten verändert hat. Aber du siehst trotzdem, dass du sie nutzen kannst. Ach so. Andakai schlägt. Ich bin nicht so benevolent als die anderen Magi. Mein Gott Samusin ist der Gott der Balance. Er liebt die Dunkelheit so viel als die Licht. Das bedeutet, dass ich beide benutze. Aber meine Macht sind nicht unlimitiert. Es ist schwierig für mich, diese alternde Magik zu bestellen. Wir sollten die Konfrontation so viel wie möglich. Ja, okay. Ah, ne, eigentlich will ich das nicht. Ich will kämpfen. Was genau ist denn mit dem Rad passiert? Wie habt ihr überlebt? Was ist passiert? Wie konnte er das Kanzel der Magi? Nudin called us to Purista. Under the guise of reinforcing the barrier against the perished land. Instead, he tricked us. Took control of most of our powers and attacked us. I cut him down with my sword. But he rose again and impaled me with his staff. All I can remember after that is the sound of fighting. Destruction. And cries of death. How did you survive? Jeroen. Nudin had forgotten he was with me in Purista. He found me. Tended to my wounds and brought me out of the city to safety. Until I could summon up enough power to heal myself. And Lot Yonan? When Jeroen carried me away, he was frozen in stone. Like a statue. To my knowledge, the spell cannot be reversed. You nodded slowly. You don't have the strength to say anything else right now. Hmm. Hmm. That's a good situation. Okay. And then, who will probably make sure the army of the dead dead. Hmm. Hmm. Ok, but that's the question. Yeah, good. She dead. She lived and survived. But I wonder if this is a elf there at Greenhine. Wieso? What does she not control it? Hmm. Hm, egal, die ist eh tot. Aber vielleicht hätten wir sie mitnehmen können. Naja, ist zu spät. Noddorn will have a lot worse in store for us than just Orcs. The Maeger nods in agreement. Then she looks pensively at your rucksack. Your rucksack? Why did Noddorn want it? Hm. Wollt ihr den magischen Arte fakt, dass mein Rucksack und die Bücher... Ja, meine Vermutung ist immer noch, dass wir damit den Dämon aufhalten können. Denn... Ja, Noddorn, der Magier und... dieser Elf... sind da eigentlich auch noch nicht die wahren Feinde. Es gibt da noch einen dritten. Der hinter einem Steck. Deren Meister. Hm. Also es gibt, äh... Gibt es drei Feinde. Ich... Ich hatte ein paar Objekte nach Goren. Eine von Lord Yonan's Familie. Er wurde in Greenglade von einem Elf. Es waren... Books. Lying next to his body, which he was planning to send to Turga the Fair-Faced. May I see them? You nod. Take the books out of your rucksack and hand them to her. She goes through the letter and the books, one after another, without showing any sign of emotion. Finally, she closes the last of the books. Is that all? They are only sagas and travelogues from the Outerlands which tell of legendary creatures and myths. I don't know why they should be of interest to nod on. There must be something in them that's important to him. He destroyed a whole village for them and... And the vaults. Possibly. I'll study the books. But let's sleep now. Jerun can keep watch. We are still being followed. Okay, is that? Okay. Oh, interesting. Okay, I must say, the story is exciting. Hmm. Okay, and there is the... ...of our first... ...the group of people... ...inzugefügt. Nochmal. Schön. Okay, what is it here? Ach, Selen. Schön. That's still there. Okay. Hmm. Okay, but... ...is yeah nix. Hmm. Okay. Hmm. So, what have we here? We are here. Drei Verletzungen. Okay. Wieso has he that not healed? What is with you? He is not there. I can't hear only four. Okay. I can take you there. That would be not bad. Jerun. The would I like to see in action. Okay, schön. Beziehungen. Okay. 75, 65. 55, 75. Okay, schön. Da nur fünf. Okay, und die hat bei Jerun nur 25 Beziehungen. So wenig. Panik. Was ist denn da los und was hast du? Ein Gegner wird mit großer Kraft nach hinten geworfen. Alle in seinem Weg erhalten Schaden. Okay, interessant. Jerun öffnet seine Maske. Hohe Chance Gegner in einem Kegel vor sich in Panik zu versetzen. Wenn sie sein Gesicht sehen, okay, interessant. Und das da, okay, und was hast du? Kettenblitz. Vorsicht Schaden und betreibt Gegner, hat eine 75% Chance auf den nächsten Gegner zu springen. Cool. Explosion. Die Kretonen sich heranzieht und dann explodiert. Vorsicht Schaden und hat eine hohe Chance Gegner zu Boden zu werfen. Und Verbrennung. Ein Energiestrahl, der allen in der Schusslehne Schaden zufügt. Und sie zurückdrängt. Macht auch richtig viel Schaden. Heilt sich selber anstatt die Autoattacks zu machen, wenn sie verletzt ist. Okay. Hm. Das wäre nicht schlecht. Ein Fernkämpfer. Aber andererseits. Der hat viel Leben. Hm. Eigentlich bin ich eher für ihn. Schön. Ja, da sind die ein bisschen verletzt. Dir nicht. Also den nehmen oder die? Na, Fernkämpfer wäre nicht schlecht. Aber da ist halt das freundliche Feuer das Problem. Da muss ich aufpassen vor allem. Na, meine Taktik wäre sie im Hintergrund. Die drei vorne. Hm. Tja. Ich bleibe mal bei dem. Okay. Und was kannst du da nehmen? Wie man einen Dämon töten kann. Okay. Hm. Okay, wie hätten das da? Folgliche Mangel. 10%. Okay. Kannst du das mal haben? Gut. Okay. Und was haben wir hier Neues? Nicht über Furchte haben. Notion ein Tod, die Barriere des toten Landes zerstört und ein scheinbar unsterblicher Feind. Vielleicht würdest du verzweifeln, wenn Nodon nicht so hinter den Dingen hier herher wäre, die du Goren bringen sollte. Er fürchtet sie. Können sie der Schlüssel für seine Vernichtung sein? Ja, möglich. Die Marke an Tukai hat das Gemetzelin Purista dank ihres Wächters Ceron überlebt. Sie will die Bücher studieren, die du in Grünhain gefunden hast. Tugu, der Schöne und Goren mussten geahnt haben, dass mit Nodon etwas nicht stimmt. Vielleicht wegen seinem Gesicht. Haben sie Verdacht geschöpft? Vielleicht haben sie bei ihren Nachforschungen etwas entdeckt? Okay, und das hier sind wir noch. Was ist denn hier noch? Hm. Okay. Und diese Reiter. Was sie damit zu tun haben? Naja. Okay, wir sollten erstmal da hingehen. Zählen, schön. Nochmal speichern. So, na dann gehen wir. Okay, die gehen da hin. Na schön. Die folgen uns. Das ist... Okay, aber das wurde jetzt nicht gefragt. Die Fragen hier. Okay, können wir hier jetzt auch warten. Hm. Gut, jetzt haben wir dich in Gefahr gebracht. Es scheint, dass eine der Armeer, die dich folgen haben, seit Loth Yonan's Volts, mit dir geführt hat. Du kannst sogar die rancide Grease, die die Orken an ihren Weapons benutzen. Boindill bereitiert sofort, um zu kämpfen. Aber Andukai fragt, dass du die Konfrontation zu vermeiden. Okay, jetzt ist nichts passiert. Und die im Dorf auch nicht. Gehen wir mal weg hier. Es scheint, dass du ihn nicht verletzt hast. Sie sehen uns beim nächsten Mal. Sie sehen uns beim nächsten Mal. Na schade, grafen die nicht das Dorf an. Sind ja blöde Orks. Das hatten wir schon. Okay, dann gehen wir da hin. So, da hin. Hm. Okay, na wir müssen da hin. Wenn wir jetzt da hin gehen, dann gehen die da hin. Die gehen dann wieder da hin und da hin und dann müssen wir zurück. Müssen da hin. Du hast eine Pläte von Essen für die Nacht, jede Nacht. Und sie sieht dir aus. Instead of disgruntled, you watch the Mega. Ja, das hatten wir schon, okay. Toll, jetzt haben die sich zusammengetan. Na gut, ist gut. Dann können die sich hier nicht aufteilen und uns einkesseln. Perfekt. So, verschwindet. Schön. Gut. So, viel Spaß. Können wir nicht mehr folgen. Oh, Gott. Eine Patrouille. Hm. Okay, aber diesmal sagt die nichts mit nicht angreifen und so. Okay. Das hier ist Auckland. Ja, nicht gut. Was habe ich gemacht? Okay. Na dann. Ausgang erreicht. Okay, ich kann ja nicht rauszoomen. Was ist das denn? Äh, nee. Lass es mal. Okay, was ist denn hier los? Was soll denn hier dieser Lärm? Wieso kann ich hier nicht raus? Okay, ich werde angegriffen. Was passiert da? Moment mal. Stopp, stopp, stopp. Geh du mal da oben hin. Mhm. Kann ich jetzt hier mal bitte springen? Dankeschön. Ja. Das ist nicht so, dass man während dem Dialog nichts machen kann. Muss da immer abwarten, bis sie aufhören zu quatschen. Und währenddessen kämpfen die hier und kriegen Schaden. Was ist denn hier für ein Scheiß? Okay, du machst mal die hier platt. Oder warte. Du kämpfst da oben mit. Die zwei kämpfen hier unten. Das ist gut so. Du machst das da. Kein wohl. Ah, du schmeißt dann so nach hinten, okay. Dachte vielleicht von sich aus nach hinten. Pack den, schmeiß den so da hinten hin. Also gut, mach das so. Okay, du gehst da hin. Dankeschön. So, schuf den da mal runter. So soll er sich ein bisschen weggehen. Gut. So, okay. Alle haben ihre Rollen. Jetzt müssen sie nur noch kämpfen hier. Alle besiegen. Und dann ist Tschüss. Okay, der macht viel Schaden. Schön. Nein, nein, nein. Wer ist nächstes? Na, aber echt. Da ist noch einer, okay. Hm. Warte, mach du das. Du machst das. Gut. Tja. Noch einer tot. So, wie sieht's aus? Noch der da. Töte ihn. Da kommen. Keine Verstärkung. Ist ja alles ruhig. Okay. Ist ja blöd, dass man hier nicht weiter rauszoomen kann. Gut, dann geht dir mal schnell da oben hin. Geht's. Hä? Ja, mach das da. Mach mal den da platt. Gut. Moment, der lebt noch. Töt den. Du schnappst dir den da. Und was jetzt? Du machst das da. Gut. Achso. Geht's mal Verschwendung. Naja. Die sind tot. Geht immer da hin. Geht sonst. Da ist kein Abgehauen. Um zu warnen. Okay, gut. Schön. Soll auch so bleiben. Dann tötet ihn mal. Warte mal hier. So. Sicherheitshalber. Tja. Okay, jetzt kommen da ein paar. Geht ihr mal da drüben hin. So, was soll das denn hier? Warte, was hast du denn hier für einen Witz? So, tschüss. Jetzt kommen hier noch ein paar. Na schön. Geht ihr mal da hin. Und hier. Geht weiter. Na schön. So. Schnell von hinten angreifen hier. Kommt schon. Geht an. So. Gut. Einmal da. Perfekt. So, du. Schnappst du den da. Schnappst du alleine mit dem da. Tschüss. Da kommt. Ein Ogre. Oh shit. Oh shit. And what now? Who's next? Ah, das halten hier. Oh shit. Oh shit. Okay. Ähm. Ähm. Du, 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 du. Soll das jetzt mal schnell hier hingehen. Dann. Moment. Gehen wir mal das da. Das da tun. Gut. Mensch. Noch einmal. So. Okay. Jetzt diesen Ogre da platt machen. Hier sind. Alle tot. Schön. So. Alle den da angreifen. What is it? Die sind hier. Der da lebt noch. Okay und du gehst mal da hin. So. Alle platt machen hier. Du machst das da. Du musst aufladen. Okay. Du gehst mal da hinten hin. Und du den da. Okay. Da kommt Verstärkung. Nicht gut. On my way. Du kümmerst dich um die Verstärkung. Und dann schön die zwei kümmern sich da rum. Dummerst das da. Gut. Nice. Gar nicht aushaben die. So. Okay. Was ist das denn hier? Hm. Hussar. Hussar. Schön platt machen. Roll mal auf hier. Geht weg. Yes. Was ist das denn hier? Gut. Aber du kannst das auch tun. Was soll's. Du kannst einmal das da verwenden. Schön. Hm. Das ist jetzt hier mitten im Gefecht. Das gefällt mir nicht. Und was ist das denn hier? Was passiert da? Schön. Oho. Was für dich ein schlechtes Glück. Hm. Okay. Du machst das da. Da. Du bist da. Du machst auch mal das da. So. Schön runterschubsen. Gut. Da. 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 Schneller töten. Dankeschön. Sollen hier schneller sterben. Geht mal da hin. Put up a fight. So. Noch einmal. Kommt noch einer. Shit. Okay. Kommt ihr hier unendlich? Oder was ist hier los? Hm. Yes. Mensch. Du machst das da. Schön wegschubsen hier. Hat ja nicht ganz gereicht. End it. Und again. Understood. Ha ha. Hm. Ha? Okay. Du bekommst ihr aufs Mal. Das ist nicht gut. Was machst du da hinten? Say goodbye forever. Arrrr. So. Ah. Ist fast tot. Schön. Du machst das da. Okay. Aha. Äh. Du. So. Du solltest hier einmal kicken. So. Kicken. Schön. Oh. Ich magst hier diese Bomben. Hä? Okay. Da muss ich aufpassen. Auf den Radius. Na schön. Sprungattacke. Hui. So. Schön. Der nächste Tod. Gut. Okay. Geh mal da hin. Gut. Du kickst sie da mal weg. So. Aha. Okay. Du bist jetzt hier ganz allein. Das gefällt mir nicht. Hm. Okay. Da vorne. Gut. Ist kein Problem. Ich solltest mal denen da helfen. Hm. Du machst das da. Du gehst mal hier nach vorne. So. Machst denen da platt. Gut. Mensch. Ich bleib doch hier hin. Die anderen zwei schaffen das schon. Ist nur noch der da. Tschüss. Was ist das? Jetzt könnt ihr hier nach vorne gehen. Natürlich. Schnell. Ja. So. Okay. Da wären wir. Du machst mal da hin. Du gehst einmal da hin. Du schnappst ja den. Du schnappst auch den. Gut. Und was jetzt? Einmal da hin. Kann nicht. Okay. Toll. Äh. Du gehst da hin. Du machst den da platt. Toll. Wurde weggeschubst. Was ist das denn für ein Scheiß? Wieso gehst du nach unten? Du sollst hier nach oben gehen. Komm her. Komm her. Die hier platt machen. Gut. Die sind tot. Okay. Ganz allein hat der das geschafft. Schön. Die sind die ja. Da ist einer. Wer hier wartet. Tja. So. Mach den platt. Dort. Was sagen dir ist cool. Der gefällt mir. Alle tot. Schön. Wo soll er denn jetzt hin? Ach die waren das. Okay. Da müssen wir hin. Okay. Was ist das? Ich will die alle töten. Alle töten. Alle töten. Und was jetzt? Der kann das kaum erwarten. Der ist schon da. Alle töten. So. Moment. Stopp. 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 Du schnappst dir den da hinten. So. Gut. Keine Chance haben die. So. Keine Chance. Können wir da noch was stehlen hier? Heute? Du hast ihn besiegt. Du bist ja geflohen. Der ist besiegt. Okay. Was ist das hier? Waren das alle? Okay. Waren wohl alle hier? Schön. Wo ist denn der letzte? Da bist du. Okay. Zeit zu gehen. Wir haben hier alles besiegt. Schön. Komm mit. So. Gehen wir. Das war schön. Meine Ockermäe besiegt. Bitte ein paar Schweine. Nassen weniger. So. Gott. Schnell da hin. Na los. Bewegt euch. Schneller. Na los. Marschiert. We should go down into the caves and vaults. There'll be more of them down there. Or maybe we should concentrate on finally getting to Ogres death stronghold. Boyndill. You ignore the offended look on your friends face and set off. Leaving the Orc mountains behind you. Na vielleicht später. Hab noch genug Ocks zu töten und andere Wesen auch. Fel ключifiziert. royalあります. revis comum ocks. Hall.